Musik Das war schon schön aufregend, ja. Ja! Glücklich! Das war toll. Musik Ich bin Miriam Lack, bin 36 Jahre alt, bin seit fünf bis sechs Jahren FC Bayern-Fan und ich habe vor vier Jahren ein neues Auto mir gekauft und da war es mir ganz arg wichtig, dass es rot ist. Musik Wenn ich hierher fahre, ins Stadion, da ist immer entweder meine Mama dabei oder eine Freundin, aber hauptsächlich ist die Mama dabei. Wir kommen dann aus dem Parkhaus, kommen wir barrierefrei wirklich zum Eingang und dann geht es schon ins Stadion rein. Musik Wir haben einen extra Eingang und da sorgen die auch dafür, dass wir wirklich nur die Rollifahrer reingehen und dann trifft man sich entweder am Platz oder dann im Rollwagerl-Shop und dann tauscht man sich aus. Musik Der Rollwager 93 wurde von sieben Personen gegründet. Im Jahr 2005 hatten wir bereits 200 Mitglieder und aktuell sind wir bei über 900. Musik Wir haben ganz tolle Plätze, also das ist sagenhaft. Boah, das ist so gut über die Leute drüber und das ist einfach gigantisch. Das hat man bei sonst keinem anderen Stadion. Ich würde fast sagen, wir haben noch bessere Plätze als im VIP-Bereich, weil wir näher am Spiel geschehen sind. Musik Die Plattform des DFL-Reiseführers ist absolut der Hammer, weil wenn ich mal schnell zugreifen muss und Daten brauche, dann kann ich da nachschauen, kurz die E-Mail raussuchen oder Telefon und Informationen liefern. Das ist schon echt super, auch für den Behinderten-Fanbeauftragten, nicht nur für den Fan. Musik Man nimmt die Emotionen jetzt mit auf der Heimweg. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! Musik 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 Musik